Hallo liebe Leute, ich mache auch mal wieder ein Video. Mein letztes Video ist jetzt locker drei Jahre her. Ja, in den drei Jahren habe ich viel rum experimentiert. Mein Gewicht hat immer so ein bisschen geschwankt. Ja, ich habe halt rausbekommen, wie man schneller abnimmt, wie man sein Gewicht so hält. Ja, habe ich viel rum experimentiert, sage ich mal so. Ja, ich habe super cooles Feedback bekommen zu meinen Videos und total viele Fragen. Ja, zum Teil auch immer wieder die gleichen Fragen und ich habe das so gut wie es geht beantwortet, mal versucht zu beantworten. Ja, und jetzt will ich mal wieder ein bisschen regelmäßiger Videos machen, weil ich es einfach cool finde, dass ich Leuten dabei helfen kann, dass sie abnehmen können. Und viel abnehmen können. Vom halben Jahr ungefähr hat ein Kumpel gesagt, er muss auch unbedingt abnehmen. Er war beim Arzt, ist alles in Ordnung, aber er hat starkes Übergewicht. Er war bei 150 Kilo. Ja, und dann habe ich ihm eigentlich nur ein paar Tipps so gegeben. Ich habe gesagt, dass er sich ein Sportgerät holen, weil er eine kleine Tochter hat. Er kann nicht ins Fitnessstudio. Dann hat er sich einen Hometrainer geholt und dann meine Tipps befolgt. Das Ganze war glaube ich, weiß ich nicht, im August oder so. Hat er angefangen. Jetzt haben wir Dezember und er hat 41 Kilo verloren in der Zeit. Ja, und das ist irgendwie ein cooles Gefühl, dass ich da den Leuten helfen kann. Und ja, deswegen will ich auch wieder ein bisschen mehr Videos machen und versuchen, Deutschland schlank zu kriegen. Ja, auf jeden Fall, postet eure Fragen hier unter. Schreibt mich am besten nicht privat an und kommentiert mich die anderen Videos, sondern schreibt eure Fragen hier. Weil dann kann ich hier gucken, wo wirklich Interesse besteht, was die Leute wissen wollen. Und dann mache ich zu euren Fragen speziell ein Video, weil es einfach kacke ist, wenn ich dann fünfmal die gleiche Mail schreibe und irgendwo vergesse ich dann was. Und beim Video kann ich dann echt auf alle Punkte eingehen und ja, finde ich besser. Also, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, was auch immer, hier runter unter dem Video. Und dann mache ich dazu gute Videos. Viel Spaß!